Hallo, hier ist wieder Thomas Zampach, kurz vor Weihnachten und ich habe ein Weihnachtsgedicht für euch. Ja, in diesem Sinne viel Spaß dabei. Ein Schuss, ein Tor, der Super-GAU. Wir zeigen euch mein KICK-TV. Wer ist der Trottel, wer ist der Retter? Wir drehen bei Wind und Wetter. Auch der Experte ist fit und wach, freitags zu sehen Thomas Zampach. Die wahren Helden jedoch seid ihr, auf dem Spielfeld und beim Bier. Unser Angebot, gut angenommen, wie eine Flanke. Das ganze Team sagt heute Danke. Wir werden weiter filmen und drehen. Fußball kann man immer sehen. Ich denke, da gibt es keinen Protest. Wir wünschen euch ein frohes Fest. Lasst euch schmecken, die Gans oder auch die Pute. In diesem Sinne alles Gute. Euer Thomas Zampach Wir wünschen euch ein frohes Fest. 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 Untertitelung des ZDF, 2020